Was passiert, wenn wir dieser Turing-Maschine ihre eigene Gürtelzahl oder ihr eigenes Gürtelwort als Eingabe geben? Ich kann das dann auch als Sprache formulieren. Ich habe das mal hier die Sprache K genannt. Und zwar die Sprache K besteht aus allen den Worten N oder Zahlen N, sodass die Turing-Maschine mit der Gürtelnummer N bei der Eingabe der eigenen Gürtelzahl anhält. So, und die Aussage ist, dieses spezielle Halteproblem ist unentscheidbar. Und das werden wir dann später nehmen, um dieses Problem hier zu zeigen, dass auch dieses Problem nicht lösbar ist und nicht entscheidbar ist. Ja, gucken wir uns das mal an. Auch hier werden wir den Beweis wieder durch Widerspruch zeigen. Angenommen, es existiert eine Turing-Maschine, M und ein K. Die K entscheidet. So, was passiert dann? Egal, was ich in diese Maschine reinstecke, die hält auf jeden Fall an. Weil es ja eine Maschine ist, die entscheidet. Dann hält M, K, dann hält die auf jeden Fall, wenn ich eine Zahl N da reinstecke, hält es auf jeden Fall an. Das heißt, die liefert auf jeden Fall das folgende. Wir stecken eine Zahl N da rein. Und die liefert uns ein H. Haltzustand. Und ja, falls N aus K ist und H. Nein, sonst. So, und jetzt gucken wir uns, also M, K ist die eine Turing-Maschine. Jetzt gucken wir uns auch eine zweite Maschine an. Und zwar nun die folgende Maschine M0. Was macht die? Die geht einen Schritt nach links. Wenn sie ein Ja liest, dann schreibt sie irgendwie einen Strich und läuft in der Endlosschleife. Wenn sie ein Nein liest, geht sie einmal nach rechts und hält an. So, und jetzt gucke ich mir die Maschine M, K an und hänge da hinten das M0 dran. Also, wir konstruieren jetzt also eine dritte Maschine. Und zwar M, T ist gerade die hintereinander Ausführung von M, K und M0. Als Eingabe erwartet M, T eine Zahl. Also, die Eingabe ist die, die wir auch für M, K verwenden. M, K ist eine Maschine, die entscheidet, hält also auf jeden Fall an. Und zwar genau mit dieser Ausgabe hier. Wenn das Wort in der Sprache K drin ist, dann hält es an, sonst nicht. So, und dann wenden wir M0 an. Was passiert, wenn wir als Eingabe das T wählen, wobei T die Gödelzahl ist dieser Turing-Maschine, die wir gerade konstruiert haben. Also, wir geben jetzt dieser Turing-Maschine ihre eigene Gödelzahl als Eingabe. Ganz ähnliche Überlegung zu der, die wir eben gerade in diesem Beweis angestellt haben. Wenn jetzt T aus der Menge K ist, zur Erinnerung, die Menge K war die Menge aller Zahlen n, so dass die Turing-Maschine mit der Gödelzahl n auch bei der Eingabe von n hält. Also, wenn T aus M, K ist, dann liefert M, K das Ergebnis. So, und M0 war jetzt gerade so konstruiert, dass im Falle des positiven Ausgangs in Endlosschleife gegangen wird. Das heißt, sie hält dann nicht an. So, das heißt, M, T hält bei Eingabe der eigenen Gödelzahl nicht an. Das heißt aber, dass dann die Sprache nicht in der Menge K sein kann. Also haben wir auch hier wieder einen Widerspruch, weil wir genau hier losgelaufen waren. Das ist im Prinzip genau das gleiche Argument, was wir eben auch hatten. Und dann gucken wir uns auch die zweite Überlegung noch an. Wenn also T kein Element aus K ist, dann liefert der erste Teil, liefert M, K das Ergebnis. Nein. M0 führt dann zum Anhalten von M, T. Das heißt, M, T akzeptiert T. Ja, und das war aber gerade auch die Definition der Zugehörigkeit zur Menge K. Also, T ist Element von K. Und auch das steht wieder im Widerspruch zu dem, was wir hier oben hatten. Insgesamt also, wir hatten ursprünglich angenommen, M, K ist, oder die Sprache K ist entscheidbar. Das heißt, das Ding, die ursprüngliche Annahme war falsch. Das heißt, das Ding, die ursprüngliche Annahme war falsch.